Matthias Strobl mit der 49 Juma Zauner hier ist hier die 48 Gudrun Fichtinger mit der 29 Valentina Jammel mit der 706 Esther Molder mit 42 auf die Plätze 70 Standpunkt 22 Bentweiner Jakob Zag habe ich jedenfalls schon wieder gesehen mit der 54 Simon Kraschowski Ok Standpunkt 50 kommt ebenfalls gerade rein Peter Wiener Parag mit der Startnummer Marien Benef Matthias Rosani Paulmann mit der Startnummer 62 Valeria von 19 24 Über die 44 habe ich jedenfalls gesetzt Sebastian Schneck mit der Startnummer 79 Frieder Schubern und hier kommen auch die beiden der Startnummer Peter Wiener Hoher bei der Startnummer oder der Startnummer auf die Strallye Wir sind nicht nur weiter so wie Krauss auf die die Vielen Dank.